Wir sind in Karlshagen. Der Heimathafen von meinem alten Kumpel Tommy Lehmann. Hits me, Harley. Und wie gesagt, man sieht ja auch gleich wieder die Sonne untergehen. Die schönsten Sonnenuntergänge. So, jetzt habe ich noch zwei Fachfragen. Kann ein Fischreiher schwimmen? Ja, ja, so muss er ja. Weiß ich nicht, ob er das muss. Ich weiß es übrigens auch nicht, aber meist stehen sie ja. Hast du schon mal einen schwimmen sehen? Die stehen ja und wenn du rankommst, dann fliegen sie weg. Können die schwimmen? Das ist die Frage, die wir weitergeben jetzt hier so als Hausaufgabe. Kann ein Fischreiher schwimmen? Sehr gute Frage. Oder? Und ist ein Storchenraubvogel? Wenn er Frösche frisst, klar. Oder? Die Sau, die armen Frösche. Es tut mir leid, wirklich. Wieso sagst du das nicht erst, dass ich das filmen kann? Wie du gerade dort lagst? Scheiße. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß, du hinkst gerade so zwischen Baum und Bock oder wie das heißt. Die Füße waren an Bord und der Kopf lag noch auf der Kaimauer. Aber ich verstehe. Und ich, Depp, ich Profi, will helfen, anstatt es zu filmen. Ron, du hast das einzige richtige gemacht. Du bist aufgestanden und wolltest mir helfen. Tom, ich habe nur gerufen, was ich für Scheiße wieder mache. So, also dann, Prost. Wir sind in Karthagen. Nicht weit weg von unserem Heimathafen.